Euer Kind ist ein Ninjago-Fan und hat bald Geburtstag? Hier findet ihr tolle Ideen für eine unvergessliche Ninjago Motto-Party. Ninjago ist eine auf der gleichnamigen Lego-Serie basierte Sendung. Die Handlung spielt auf der Insel Ninjago, wo sechs Ninjas gegen die Armee vom bösen Lord Garmadon kämpfen. Charakteristisch für die Hauptfiguren ist es, dass alle Ninja Masken tragen. Die typischen Ninjago-Augen dürfen deswegen bei der Motto-Party nicht fehlen. Sie können aus einer Vorlage ausgeschnitten werden. Und dann Luftballons, Platzkarten und Tassen verzieren. Eine kreative Tischdiko kann aus Papier gebastelt werden. Etiketten und Servietten mit chinesischen Schriften sorgen für stimmige Atmosphäre. Ninjago-Kekse und Muffins sind auf dem Tisch Absolutismus. Selbstgemachte Lutsche erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Auch die Cake-Pops mit Ninja-Augen werden passend zum Motto gestaltet. Ninjago-Schwerter und Wurfsterne aus Fondant dekorieren die Geburtstagstorte. Der Getränkespender präsentiert sich mit thematisch passenden Motiven. Ninja-Aufkleber oder Ausmalbücher eignen sich perfekt als mit Gepsel. Jeder kleine Ninja auf der Party soll zwei Waffen besitzen. Mit Schwert- und Wurfsternen kann er gegen das Böse kämpfen. Aus T-Shirts können für alle Kinder Ninja Masken gemacht werden. Spiele im Freien sorgen für fröhliche Stimmung.